hallo und willkommen zu einem weiteren video heute wieder unterwegs mit der trecker hört ihr überhaupt die motorrad ich weiß es nicht ich höre so ein leichtes trecker suchen neben mir also in dem video wollte ich mal was ansprechen und zwar habe ich da so diesen die idee habe ich schon länger ich habe mich aber die ganze zeit gefragt ja ist das umsetzbar und wird das gut ich weiß es nicht ich erkläre es euch mal also mein gedanke war ich sag mal so einmal im monat sagen wir mal einmal im monat ein video hochzuladen was quasi von euch aus der community kommt also ich rede von einer art entweder motovlog also entweder motovlog so ein edited video sag ich mal mit cooler musik und coolen schnitt und so auf jeden fall dann quasi jeden monat einmal ein shout out an sag ich mal einen kleineren youtuber unter euch also für einen der kleineren youtuber unter euch es sollte sag ich mal klar unterhaltsam sein was was ihr mir dazu kommen lasst was ich kann ich gucke mir dann quasi ihr könnt ihr könnt mir per e mail die also schickt ihr mir dann einen link zu dem video per e mail die e mail adresse steht unten in der video beschreibung jamakoyt google mail.com da schickt ihr mir per e mail einen link von dem video wichtig ist natürlich ihr müsst der urheber des videos sein und ihr solltet mir dann auch wenn ich euch per e mail zurückschreibe schreibe entweder per e mail schreibe ich euch zurück oder wenn ihr euren insta namen dazu packt schreibe ich euch per instagram zurück besser wäre e mail auf jeden fall also ich schreibe über e mail ja ich schreibe über e mail an euch wenn das video sag ich mal in frage kommt ich nehme dann von allen die mir das zusenden also die mir was zusenden nehme ich dann halt was nehmen wir für einen festen festen tag im monat sagen wir der sagen wir mal der erste mittwoch im monat wird dann immer der community video mittwoch oder community mittwoch ja community mittwoch das 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 hört sich ja ganz cool an also der erste mittwoch im monat kommt dann immer ein video aus der community am besten so unterhaltsam wie möglich wenn ihr mir was zu schickt das war ich alles was ich euch sagen wollte ich hoffe es werden zahlreich videos geschickt ich würde ich mich auf jeden fall darüber freuen hi wie geht's dir wir fahren tanken alles klar alles klar wetter ist eigentlich gar nicht so scheiße ja auf jeden fall freue ich mich die videos von euch anzuschauen das ist natürlich dann eine riesen chance sag ich mal für kleinere motovlogger gerade wenn die sag ich mal potenzial haben und unterhaltsam sind so kleine shoutout zu bekommen schreibt mir doch mal einfach in die kommentare was ihr davon haltet von meiner idee einmal im monat ist wirklich jetzt nicht großartig viel und das wäre dann ein video was zusätzlich halt einfach kommt ich würde ich würde das das ganze auch erstmal sag ich mal ausprobieren so ein zwei monate ein zwei mal ausprobieren wie das so ankommt bei euch danach entscheidet sich ob ich das dann als festes format nehme ich hoffe euch hat das video gefallen auch wenn es nur ein paar infos waren wenn das der fall ist daumen nach oben und dann ja würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten hudovlog leute oh man kimi ist einfach gerade auch weiter gefahren die haben einen blinker nicht gesehen kann ich hier wenden ja wow ja gut wir wenden jetzt hier trotz alledessen ich habe geblinkt hast du hast du hast du meinen blinker nicht gesehen ich habe rechts ich habe vorhin rechts geblinkt und du bist gerade ausgefahren deswegen da ist die tankstelle wo ich ihn wollte was ist jetzt deine mission dann das ist das- ich In-Site-Up steve ich jetzt ich mich ich s ich ich